Hallo und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu diesem Video. Heute ist endlich die Entscheidung, spielen wir überhaupt nächstes Jahr Bundesliga-Mix oder spielen wir überhaupt FIFA oder spielen wir nächstes Jahr gar keinen FIFA? Ich habe euch ja entscheiden lassen, ich habe die Abstimmung so bis Mittwochabend laufen lassen, dass auch noch ein paar Nachtzügler denn kommen konnten. Und ab jetzt gibt es die große Entscheidung. Ihr konntet eine Woche, ja fast ein bisschen mehr als eine Woche lang abstimmen über eure Entscheidung. Ja, was soll denn nun am Ende das Absolut, was soll denn nun in dieser Saison passieren bzw. in FIFA 20? Kleine Vorwarnung vorweg für die Leute, die sich denken, oh mein Gott, wird der Flüe überhaupt nächstes Jahr FIFA spielen? Hier kommt die Antwort. Ja, ihr habt euch nicht gegen komplett FIFA entschieden. Ich war sehr froh darüber, dass sich niemand dafür entschieden hat, dass wir überhaupt nicht mehr FIFA spielen werden. Also es hat sich niemand in den Kommentaren dafür ausgesprochen, dass wir sagen, hey, das war unser allerletztes FIFA. Danach machen wir gar nichts mehr. Sondern ihr habt dazu entschlossen, jo, Floui, bitte mach FIFA weiter. Und deswegen werden wir natürlich auch wieder FIFA weitermachen. Nun ist die Entscheidung, ja FIFA oder nein FIFA? Insgesamt haben sich circa drei Leute für die Ja-Variante entschlossen. Und da bin ich sehr froh. Ich glaube, circa drei Leute oder zwei Leute waren es tatsächlich am Ende, die gesagt haben, jo, wir würden gerne den Bundesliga-Mix 19-20 sehen. Aber ich glaube, am Ende waren es so sechs oder fünf Stürme, die gesagt haben, nein, kein Bundesliga-Mix. War zwar eine coole Idee, Floui, aber das war's. Der German Age hatte noch zu Ja gestürmt und hätte gesagt, vielleicht sogar nur die Champions League. Aber dadurch, dass ihr euch größtenteils dazu entschlossen habt, dass wir keinen Bundesliga-Mix mehr spielen, werden wir natürlich auch keinen Bundesliga-Mix 19-20 machen. Was ich natürlich ein bisschen schade fand. Ich hatte ein paar coole Ideen für den Bundesliga-Mix 19-20. Ich hatte gesagt, Europa League, DFB-Pokal, Champions League und die Fußball-Bundesliga hatte ich alles so ein bisschen geplant. Aber ihr habt euch nun schlussendlich dazu entschlossen, nein, wir möchten keinen Bundesliga-Mix mehr sehen. Das ist okay, das finde ich auch nicht schlimm, dass ihr keinen Bundesliga-Mix mehr sehen wollt. Da mache ich euch nichts Bösartiges vor, dass ich euch das jetzt böse nehme. Nein, das ist eure Entscheidung. Mir war es sehr wichtig, dass ihr entscheidet und damit ist es nun also entschlossen. Wir spielen in FIFA 20 keinen Bundesliga-Mix, sondern spielen etwas anderes. Ich werde das aber trotzdem ab und zu im Livestream machen, FIFA 20. Das heißt, wir werden weiterhin ein bisschen FIFA 20 streamen. Was ihr streamt, das wird sich dann je nachdem entscheiden, was bei euch so ankommt. Im allerersten FIFA 20 Livestream werde ich so ein bisschen mein eigenes Ding machen und werde selbst entscheiden, was ich da mache und ihr könnt dann in den Kommentarbereich beziehungsweise im Chatbereich so ein bisschen abstimmen, was ihr denn gerne sehen wollt. Was ich übrigens nicht spielen möchte, ist der Karriere-Modus. Das liegt einfach aus dem einfachen Grund und zwar wird der gute Rufus schon FIFA 20 Karriere-Modus mit dem Erzgebirge Aue spielen. Weiterhin wird auch der Immon 6.15 Karriere-Modus spielen, mit welchem Klub ist er noch nicht bekannt. Also es sieht so nach Paderborn oder Hansa Rostock oder sowas ähnliches aus. Stimmt unbedingt für Hansa Rostock. Ja, und dann macht der Immon sogar noch auf, also die beiden machen als Livestream einen Karriere-Stream. Und hinzu kommt dann auch noch, dass der Immon privat auch noch auf seinem Kanal als normales Let's Play da auch noch einen Karriere-Modus spielt. Und ich muss sagen, das war schon in der letzten Saison so zum Ende hin des Fifas ging mir der Karriere-Modus schon ziemlich auf den Keks und ich habe den Karriere-Modus auch in FIFA 19 überhaupt nicht gespielt, weil ich im Grunde genommen von den beiden Let's Plays so ein bisschen satt war vom Karriere-Modus. Und ich muss sagen, es ist für mich too much Karriere-Modus, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch noch den Karriere-Modus spielen würden, wäre das einfach zu viel. Rufus macht Karriere-Modus, Immon spielt sogar zweimal den Karriere-Modus und dann mache ich noch den Karriere-Modus. Ganz ehrlich, mir ist dann irgendwann der Karriere-Modus auch zu viel, deswegen wären wir, wir können gerne alles mögliche spielen, wir können den Voltra-Modus spielen, wir können Online-Turnier spielen, oder Ultimate Team oder sonst irgendwas anderes, aber bitte keinen Karriere-Modus. Das können wir uns dann im ersten FIFA 20 Livestream denn entscheiden. Am Samstag wird es nochmal einen Livestream geben und zwar um 20 Uhr von FIFA 19. Da werde ich dann nochmal FIFA 19 streamen, so circa eine Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht sogar zwei Stunden, je nachdem wie ich Lust habe, je nachdem wie ihr Lust habt. Ab 20 Uhr wird der Livestream dann starten und ja, da spielen wir dann nochmal FIFA 19, das letzte Mal. Ich werde nicht am Immon Cup teilnehmen, das habe ich dem Immon schon gesagt, dass ich nicht am Immon Cup dabei sein werde am 8. September 2019. Da werde ich nicht dabei sein. Ich werde im Kommentarbereich von Immon dabei sein, aber ich werde zum Allem erst mal seit zwei oder drei Jahren nicht am Immon Cup teilnehmen, weil ich einfach FIFA 19 abgeben möchte oder ein anderes Spiel und dafür mir FIFA 20 holen möchte. Denn für die Leute, die einen GameStop in der Nähe haben, die wissen das vielleicht, man kann jetzt momentan zwei Spiele von der Einkaufsliste abgeben und bekommt dafür ein komplett neues Spiel. Da kann man zum Beispiel unter anderem The Stranglinger, Cyberpunk 2077 und alles Mögliche bekommen für nur 9,99 Euro in der Standard Edition und ich möchte gerne halt FIFA 19 oder ein anderes Videospiel gerne abgeben und dafür möchte ich mir dann für 9,99 Euro FIFA 20 holen, weil ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir FIFA nicht zum Release gekauft, weil sonst hätten wir das wahrscheinlich erst, das neue FIFA erst nächsten Jahres gespielt und bis zum Ende des Jahres FIFA 19 gespielt. Aber dadurch, dass der Immon sein Okay gegeben hat, dass das für ihn kein Problem ist, dass ich nicht am Immon Cup teilnehme, aber dafür werde ich natürlich im FIFA 20 Immon Cup wieder teilnehmen. Ihr könnt natürlich auch im Immon Cup teilnehmen, wenn ihr denn Lust und Laune dazu habt. Ja, das war es jetzt erstmal für dieses Video. Jetzt kommt noch das Tor des Jahres. Ich habe ja noch eine Abstimmung gehabt und zwar das Tor des Jahres. Ihr habt entschieden, hier ist es, euer Tor des Jahres. Ich sage danke fürs Zusehen, bis dahin und ciao, euer Flui. Ich inside the covered and bio. Das Tor des Jahres. 鹒 Jürgen Ich teenage Jürgen Ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017